Hallo zusammen, ich hoffe ihr seid gesund und munter. Es sind schwierige Zeiten im Moment, viele von uns fühlen Unsicherheit. Die Nachrichten überschlagen sich, jeden Tag eine neue Herausforderung und es ist Stress. Darum müssen wir jetzt, mehr wie je zuvor, gut aufeinander schauen, zusammenhalten, bewusst umgehen mit unseren Worten und mit unseren Handlungen. Und im ersten Schritt muss es uns selber gut gehen, dass wir gut auf andere schauen können. Und die beste Möglichkeit dazu ist mit Sport. Wir Menschen sind widerstandsfähig, wir sind robust, wir sind belastbar und wir würden das schaffen. Für alle die, die den Lockdown jetzt gerade als perfekte Ausrede genommen haben, dass ich keinen Sport treiben kann, habe ich schlechte Neuigkeiten. Das Amt für Gesundheit, LOC, Liechtenstein Marketing und Stabstelle für Sport haben gemeinsam eine Initiative gegründet in die HSZ mit Abstand bewegen. Da geht es darum, dass Sport nicht verboten ist, sondern sogar erwünscht unter zwei Bedingungen, nämlich den Abstands- und Hygieneregeln. Auf der Webseite und auf den Social-Media-Kanälen gibt es alle Tipps und Ideen, es gibt eine Zwei-Meter-Challenge und es gibt Übungen zum zu Hause machen, vorgezeigt für unsere Athleten. Ausserdem kann jeder Botschafter von dieser Initiative, in der man sich ein gratis T-Shirt bestellt, so wie das, und dann ein Foto gepostet mit dem Hashtag zimmerbewegen. Mit zimmerbewegen halten wir uns fit, dass sobald in dem Verein wieder losgeht, wir in der Pistform auflaufen. Machen mit bei dieser Initiative, holen neue Gratisshirts und würden Botschafter von dieser Initiative. Wir sehen uns aber jetzt nicht. Untertitelung des ZDF, 2020